Auf drei, eins, zwei, drei! Oh mein Gott, Mann! Flix, das haben wir uns gesehen! Mann, lass mich abschauen! Was machst du? Lass doch sehen! Wieso? Nein, ich muss euch davor was sagen! Was denn? Und zwar hat Lucky einen ganz neuen Freund gefunden. Schaut euch das Video auf unserem zweiten Kanal, was? Wir fangen an und klicken jetzt hier oben drauf. Gell, Lucky, du vermisst dein Freund sicher auch schon. Aber jetzt vermass, gell! Wir müssen sie uns anschauen! Ich hol sie raus! Ich weiß es nicht, man lasst es lieber, sei vorsichtig! Rausholen passiert doch nichts, oder? Was meint ihr? Sollt Flexi sie rausholen? Da passiert nichts, nur rausholen! Weil da ist noch mehr drin! Ich weiß, da ist noch eine Korde drin. Pass auf, vorsichtig, vorsichtig! Alter, das ist die originale Game Master Maske! Ich erinnere mich sogar noch an das Video, Mann! Krass! Und noch eine alte Kordel! Oh mein Gott, das ist ja fast das ganze Outfit vom Team! Ja! Und wer hat es da reingelegt? GAMY und PHANTOM! Deshalb GM und PN! GAMY und PHANTOM haben die Sachen da reingelegt! Wir haben einen Fehler gemacht! Vielleicht hätten wir es nie öffnen dürfen, Mann! Du hast Game Master gehört! Ja, aber warum? Wir haben es nur geöffnet! Mehr nicht! Ist was passiert bis jetzt? Nein, oder? Ist was passiert? Nein, Gott sei Dank! Wolltest, sei ganz ehrlich, wolltest du nicht echt wissen, was in der Box ist? Ich wollte es, was da drin ist! Ich auch! Ihr wolltet es bestimmt auch wissen! Wenn ihr es wissen wollt, drückt mal die Daumen hoch, dann sehen wir nämlich ganz genau, wie viele von euch wissen wollten, was hier drin ist! Eben! Und wir haben es jetzt einfach mal gemacht! GAMY hat zwar Nein gesagt, aber wir haben es jetzt mal rausgeholt! Alter! Schaut euch die an! Boah! Krass ey! Aber hast du gedacht, eine schwarze GAMY-Maske? Nein! Das kennt man noch gar nicht so! Der ist immer so nett zu uns mit der weißen und alles! Schwarz! Alter! Aber was bedeutet eine schwarze? Böse, verflucht! Das ist die Frage! Es darf nie mehr geborgen werden! Das heißt, wir hätten es nie ans Licht kommen dürfen! Jetzt haben wir es aufgemacht! Jetzt ist glaube ich die Scheiße am Dampfen so! Was machen wir jetzt damit? Das ist die Frage! Ganz genau! Stimmt! Was machen wir jetzt mit den zwei Sachen? Hauptsächlich mit der Maske! Freunde! Habt ihr eine Idee, was wir damit machen sollen? Sollen wir sie zerstören oder irgendwas? Schreibt es jetzt mal bitte unbedingt in die Kommentare! Wir lesen uns jeden einzelnen Kommentar durch! Apropos! Ihr dürft auch gerne unseren Kanal jetzt kostenlos abonnieren! Für alle neuen Zuschauer! Das ist eine Frage jetzt! Hast du eine Idee? Ich schau jetzt einfach mal in die Kommentare! Jetzt! Jetzt! Weißt du was macht es? Macht es ja! Alles klar! Hier ist mein Handy! Krass! So viele Kommentare! Über 500 Stück bis jetzt schon! So heftig ey! Ihr seid einfach die geilsten! Echt! Vielen vielen Dank! Aber sag jetzt mal was schreiben sie! Was sollen wir damit machen? Hier! Zerstört die Maske! Die Maske sollen wir zerstören! Die Maske ist verflucht! Wir sollen sie wieder zurückgraben! Hier schreibt GrebbyTV17 benutzt diese verfluchte Maske nicht! Phantom will Game Master wieder zu seinem Freund von früher machen mit der schwarzen Game Master Maske! Weil damit wird Game Master nicht mehr so wie ihr ihn kennt! Stimmt! Wenn Game Master die schwarze Maske anzieht, dann wird Game Master vielleicht wieder böse! Deswegen hat er sie vergraben! Ja mit Phantom zusammen! Und wenn Game Master wieder anzieht, dann ist er wieder mit Phantom zusammen in einem Team! Aber weißt du was es bedeutet man? Was? Was? Die Maske hat Kräfte! Ja das sowieso ist ne Game Master! Stellt euch mal vor! Einer von uns zieht sie jetzt auf! Dann könnten wir Phantom für immer besiegen! Boah ich weiß nicht! Was meint ihr? Ich find die Idee gar nicht mal so schlecht! Und was ist wenn das Gegenteil passiert? Wird schon nicht passieren! Was ist wenn das Gegenteil passiert? Einer von uns wird die Maske aufziehen und wird dadurch böse! Anstatt stark gegen Phantom zu sein! Ich glaub nicht! Das ist unsere einzige Chance den Phantom zu besiegen! Ich weiß nicht! Ich weiß es nicht! Meinst du? Wirklich ich weiß es nicht! Ich weiß es auch nicht Flexi! Aber erstmal vielen Dank an jeden Einzelnen der kommentiert hat! Dankeschön! Was machen wir jetzt? Was denn? Mit was hab ich recht? Die Maske! Wie die Maske? Dass wir sie zerstören sollen! Hier bin ich! Hörst du das nicht? Die Maske redet mit mir! Sicher redet die Maske nicht! Seit wann kann der Maske reden? Ich will ich auch nicht anziehen! Nie anziehen! Nein 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 nein! Doch du hast recht! Von was denn? Was meinst du? Freunde! Die Maske redet mit mir! Wie kann das sein? Schau doch mal! Gänsehund überall am ganzen Körper! Gell Lucky! Das kann nicht sein! Die Maske redet nicht mit dir! Oh Lucky aufpassen! Was machst du da? Auf keinen Fall wirst du diese Maske anziehen! Du auch nicht! Niemand zieht die Maske an! Und die redet auch nicht mit dir! Die Maske will das ich sie anziehen! Wie flexi! Was erzählst du denn da? Hör dir das nicht! Hör dir das! Seid ehrlich! Hör dir das! Die Maske kann ich reden! Seit wann kann die Maske reden? Hey man! Nicht die Maske anfassen! Hey man! Hör dich flexi man! Ich mach doch gar nichts! Was hast du vor? Was hast du vor? Nicht anziehen! Ich mach doch gar nichts zu wissen! Hey man! Jetzt hat er die Maske an! Wir wissen nicht was passiert! Hey man! Alles gut oder? Hey man! Hey man! Alles klar! Hey man! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lucky, komm! Lucky, komm! Oh mein Gott, was ist mit Kamin passiert? Was hat er angetan mit der Maske? Ich versteh es nicht. Wisst ihr, was mit Kevin passiert ist? Wenn ja, schreibt es jetzt in die Kommentare. Warum? Oh mein Gott, da ist er. Was soll ich machen? Ich muss mich hier irgendwo verstecken. Hilft mir. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ich kann die Tür nicht mehr halten. Ich kann die Tür nicht mehr halten. Warte. Der ist so stark. Ich hab dich, Flexi. Oh mein Gott, ja, das hält. Es muss halten. Was mach ich jetzt? Ich hab meinen Freund eingesperrt, aber er trägt eine verfluchte schwarze Game Master Maske. Er ist jetzt nicht Sean Master Kamin. Er ist jetzt Game Master Kamin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Tür hält. Am liebsten, wir gehen hoch. Ich muss einen Plan machen. Ich will meinen Freund zurück haben. Ich will Kamin zurück haben. Ich will, was wir wieder zurück haben. Komm, wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Mein Freund wieder zurück haben? Komm doch rein. Auf was wartest du? Ich hab ihn eingesperrt unten. Ich hab Kamin eingesperrt, obwohl ich's nicht wollte. Aber ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Er hat die schwarze Maske aufgezogen. Und auf einmal dreht er durch. Er will mir was antun, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wisst ihr vielleicht, was ich machen soll? Wenn ja, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Was mach ich jetzt? Ich hab keine Ahnung. Er ist unten. Ich hab ihn eingesperrt. Zum Glück. Ich hab ne Idee. Ich kann Gainy anrufen. Er kann mir vielleicht helfen. Oh, Gainy kann auf jeden Fall helfen. Was? Der hat's Handy aus. Was soll ich denn jetzt machen? Gainy hat das Handy aus. Der kann mir nicht helfen. Der ist wieder verschwunden. Lucky, hast du ne Idee? Ein Schuh. Lucky, was? 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 Er sagt Hasbro. Oh mein Gott, danke Lucky. Hasbro hat uns schon so oft geholfen. Ja, ich werd sofort Hasbro Bescheid sagen. Die helfen mir bestimmt. Oh mein Gott, ich schreib Hasbro gleich ne SMS. Ja, ich mach's. Ich mach's sofort. Hasbro, Cayman ist zum Game Master geworden. Ich brauch deine Hilfe. Gesendet. Mein Gott, jetzt kann ich nur hoffen, dass Hasbro das auch liest. Und zwar schnell, weil ich weiß nicht, wie lang die Türe unten hält. Flexi, ich komme. und zwar. Du bist her. hooked her. Willst du mir lassesz. �